Warte mal kurz. So, weil das nervt richtig heftig. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Trapesky. Ja, die Map ist. Survival Games 4. Re-warped. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, mal gucken. Alter Fia. Hey, wirklich? Was ist das? Alter Fia. Ja, das ist eine schöne Map. Das ist eine meiner Lieblings-Maps. Und wir sind wenig Leute, sag ich jetzt mal. Trotzdem gehe ich nicht in die Mitte. Sondern laufe hier gleich den Steg hoch. Das ist supergeil. Weil das auch schöne Kisten. Fische, komm schon. Jawohl. Warte mal kurz. So. Weil das nervt richtig heftig, wenn das im Hintergrund läuft. Weil das ist... Hört sich nicht so gerne an mit Notenblöcken. Oh. Brauch kein Pferd. Hab ich was gesehen? Ah. Ich bin die Tassen nicht mehr. So. So. Dann tun wir mal. Essen. So. Hier geht es ja was nach Sachen drin hier. Oh. Nice. Nice, nice, nice. Ich lass mal hier so auf dem Schlott. Oh, der hat auch ein Arminus-Schwert. Ist jetzt schlecht. Nein. Ah. Ah, scheiße. Mann. So ein Kack. Egal, egal. Schade, schade. Schokolade. War jetzt nicht so eine geile Runde, fand ich. Mann, ich hab ihn einfach nicht gesehen. So ein Kack. Alles nur wegen der Goldhose. So ein Scheiß. Naja, ähm, geh ich zurück zur Lobby. Und dann würde ich sagen, das war's von dieser Runde. Wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Teilt das Video, würde mir sehr, würde mir sehr helfen. Ja. Hm. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin. Tschüss. Bleib.